In diesem Video gebe ich dir mal noch ein paar Tipps, wie du deine Produkte noch besser konfigurieren und segmentieren kannst, also in Gruppen aufteilen. Das ist nicht unbedingt etwas für den Anfang, also wenn du schon etwas weiter bist und nicht etwas mehr mit Shopping beschäftigt hast, dann klar, im Idealfall nutzt du das von Beginn an. Du kannst aber auch jederzeit hier zu diesem Video zurückkehren, wenn du einfach dann verstanden hast, wie funktioniert das ganze System und dass du auch merkst, okay, es würde Sinn machen, dass du deine Produkte nochmal in bestimmte Gruppen und mit bestimmten Informationen versehen kannst. Und dafür gibt es in den Feeds optionale Attribute und Felder, also wenn du eine CSV-Datei nimmst, dann sind das im Prinzip einfach weitere Felder. Und du kannst hier 1, 2, 3, 4, 5 benutzerdefinierte Label hinzufügen. Und das, was dahinter steht, kannst du komplett selbst definieren. Also du kannst sagen, du möchtest halt das erste Label rund um das Thema Jahreszeit verwenden. Das zweite Label machst du vielleicht Verkaufsrate, das dritte machst du Ausverkauf, das vierte vielleicht die Marge, also wie hoch ist dein Gewinn, Markteinführung und so weiter. Klar, das ist komplett dir selbst überlassen und natürlich dein Produktportfolio. Im Fall von Mode macht es total Sinn, hier zum Beispiel dieses Label Jahreszeit zu verwenden. Dann kannst du nämlich bei jedem Produkt hinten eine Information anfügen und sagen, das ist jetzt eine Jacke für den Winter. Das ist eine Jacke für den Frühling, das ist eine Jacke für den Sommer oder halt einfach dann nur irgendwie was Kurzärmeliges. Und das ist zum Beispiel irgendein Oberteil für den Herbst. Und dann hast du eben für jedes Produkt dieses Label hinten dran und kannst dann später in deinen Shoppingkampagnen die Kampagne genauso aufbauen, dass du sagst, okay, jetzt ist zum Beispiel August oder September und jetzt nimmst du alle Produkte, die noch das Label Sommer haben, halt Stück für Stück in den Geboten runter, weil jetzt beginnt sozusagen der Verkauf für den Herbst und die Nachfrage für den Herbst. Das heißt, wenn jemand nach Jacke googelt, dann möchte er wahrscheinlich eher schon eine Herbstjacke sehen, wenn er im September danach sucht, als eben noch eine sommerliche Jacke oder eine Winterjacke. Also damit kannst du super die Gebote und eben auch die Bewerbung deiner Produkte steuern. Du kannst das natürlich auch komplett pausieren. Also du kannst auch sagen, im September möchte ich eben keine Frühlingsprodukte mehr bewerben oder auch Sommer möchte ich jetzt halt komplett ausschalten. Jetzt konzentriere ich mich nur noch auf Herbst und Winter. Oder was auch total Sinn macht, ist Marge. Das bedeutet, hast du daran einen hohen Gewinn an diesem Produkt oder hast du eher einen sehr geringen Gewinn und sind das vielleicht nur Durchlaufprodukte? Weil was würde es dir bringen, wenn Google dir ganz viele Conversions und Umsätze generiert, es aber Produkte sind, wo du eigentlich gar nichts daran verdienst. Dann hast du im besten Fall plus minus null Geschäft und im schlechtesten Fall zahlst du sogar noch ein bisschen drauf, weil eben pro Verkauf vielleicht nur 50 Cent oder sowas hängenbleiben bei dir. Und auch das kann Google halt selbst nicht wissen, sondern Google guckt ja nur nach dem von dir übermittelten Conversion-Umsatz. Und deswegen kannst du eben nochmal ein Label mitgeben und sagen, okay, ist das jetzt eine hohe Marge, eine geringe Marge oder vielleicht eine mittlere Marge? Du kannst auch da wieder Kampagnen so aufbauen, dass Google eben zum Beispiel höhere ROAS-Ziele bei hohen Margen hat, bei geringen Margen halt ganz niedrige Ziele oder sogar komplett alle Produkte mit geringer Marge pausiert sind, dass das also gar nicht erst beworben wird. Auch das ist durchaus möglich. Ja, also du kannst das komplett selbst frei definieren und kannst dann eben später an den Kampagnen darauf zurückgreifen. Ich zeige dir mal hier noch, was ich in der Präsentation habe, auch nochmal weitere Beispiele, wo das vielleicht nochmal ein bisschen klarer wird. Du kannst im Prinzip dann wirklich deine Kampagne so aufschlüsseln, dass du eben in den Shopping-Kampagnen eine entsprechende Priorität setzt. Das heißt, alle Produkte hast du vielleicht mit einem maximalen CPC-Gebot von 50 Cent laufen. Ja, und innerhalb von allen Produkten, wenn die Kategorie Betten ist, dann hast du ein leicht erhöhtes Gebot von 60 Cent. Dann Hunde-Lounge, also Hunde-Betten haben noch höheres Ziel. Eine bestimmte Marke, in diesem Fall ist gemeint, dass das sozusagen die eigene Marke ist, wo man meistens auch den größten Gewinn trägt. Da ist nochmal das Gebot höher. Wenn dann das Produkt auch noch ein Benutzerdefiniz-Label hat vom Begriff Bestseller, also ein Produkt, was sich besonders häufig verkauft, dann wird das Gebot nochmal erhöht. Da sind wir jetzt schon bei dem Dreifachen von dem Ursprungsstandard-Gebot. Und wenn es dann nochmal ein ganz spezieller Artikelnummer ist, eine ganz spezielle Artikel-ID, dann ist das das allerhöchste Gebot. Weil du vielleicht weißt, dass das Produkt sich am häufigsten verkauft und du vielleicht auch eine besonders hohe Marge daran hast. Genau, das ist die eine Sache. Und dann kannst du auch das Ganze nochmal kombinieren mit sogenannten Kampagnen-Prioritäten. Du hast in den Standard-Shopping-Kampagnen eine Einstellungsmöglichkeit der Priorität. Die ist nebensächlich, wenn du nur eine einzelne Shopping-Kampagne hast. Die wird aber dann wichtig, wenn du mehrere Shopping-Kampagnen fährst. Vor allem dann, wenn du mehrere Kampagnen für das gleiche Produkt oder die gleiche Produktgruppe fährst. Du hast drei Stufen in der Priorität. Niedrig, Mittel und Hoch. Und kannst damit dann ein bisschen steuern, wie Google bei einer Suchanfrage, zu der eben ein Produkt passen würde, mit welchem Gebot aussteuert. Und kannst dann zum Beispiel das Ganze klassifizieren nach ganz generischen Begriffen. Wenn also jemand wirklich nur nach Fernseher sucht, dann wird halt eben aus dem generischen Bereich mit geringen Geboten etwas geschaltet. Wenn jemand schon nach Samsung-Fernseher sucht, dann gibst du vielleicht schon ein bisschen mehr Gebot raus. Das ist dann vielleicht eine Kampagne mit mittlerer Priorität. Und wenn ein ganz bestimmtes Produkt gesucht wird, also Samsung-Fernseher 12345, irgendeine Modellnummer. Dann hat das vielleicht die allerhöchste Priorität und dann wahrscheinlich auch das höchste Gebot. Weil ein Nutzer, der wirklich ganz konkret nach einem bestimmten Produkt sucht, der hat natürlich auch das größtmöglichste Interesse daran, das auch zu kaufen. Und je höher das Ganze ist, desto mehr kannst du eben mit diesen Kampagnen-Prioritäten arbeiten. Genau, das ist ein relativ komplexes Thema. Ich verlinke dir da auch nochmal einen Hilfeartikel von Google zu. Das ist wie gesagt nicht unbedingt etwas für den Anfang, aber gerade später, wenn du das Ganze etwas genauer unterteilen möchtest und auswerten möchtest und die Nutzer eben genau dorthin führen willst mit einem Gebot, wo es vom Fortschritt der Kaufabsicht am ehesten passt, dann macht das durchaus Sinn, da auch nochmal stark mit diesen Prioritäten zu arbeiten. Das zeige ich dir im nächsten Video, wenn ich dir zeige, wie man Kampagnen anlegt vom Typ Shopping, wo man dann eben auch diese Priorität angibt. Alles gut. Alles gut.